Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alex Fischer und hier an dieser Stelle möchte ich dir eine speziell aufbereitete Podcast-Folge präsentieren. Diese Folge entstammt dem Immobilieninvestor-Podcast, hat allerdings zusätzlich ein White Paper, auf dem du alles nachlesen kannst. Der Titel dieser Folge lautet Anleger oder Investor? Zielsetzungen und Strategien beim Investieren. In diesem Audio gehe ich darauf ein, welche Motivationen gibt es eigentlich zu investieren? Was ist genau der Unterschied zwischen einem Anleger und einem Investor? Und ich beantworte die Frage, was sollte wer tun? Viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß bei der Umsetzung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Immobilieninvestor-Podcasts. Heute mit dem Thema Unterschied Anleger oder Investor, Zielsetzungen und Strategien beim Investieren. So zunächst lass uns klären, welche Zielsetzungen man denn mit Immobilien verfolgen kann. Hier gibt es nämlich unterschiedliche Zielsetzungen, die natürlich auch unterschiedlich arbeitsaufwendig sind. Also einige der wichtigsten Motive wären folgende. Den späteren Ruhestand möglichst effektiv aufzubessern. Dann Steuern und Abgaben in privates Vermögen umzuwandeln. Dann mit Immobilienvermittlungen seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder aufzubessern. Dann zusätzlichen Cashflow schon vor dem Ruhestand zu haben. Dann vom Cashflow aus Mieteinnahmen wirklich leben zu können. Und das ist natürlich mehr Aufwand, ob man sagt, oh man möchte irgendwie 1000 Euro zusätzlich oder man möchte davon richtig leben können. Oder mit Immobilienhandel seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und natürlich gibt es noch x weitere Sachen, die man damit machen kann, aber das sind die, die in 95% aller Fälle relevant sind. Die kannst du übrigens auch in meinem Buch Teil 1, Kapitel 1 nachlesen. Da habe ich die jetzt gerade rausgenommen. So schauen wir uns mal zunächst den normalen Anleger an versus den Investor. Der Anleger ist eher passiv und der Investor ist eher aktiv. Also der Anleger legt Geld an und informiert sich vielleicht, aber der Investor betreibt aktive Vermögensbildung, indem er aktiv in die Wertschöpfung eingreift. Nächster Punkt ist, der Anleger investiert natürlich viel weniger Zeit, was ein Pluspunkt des Anlegers ist und der Investor muss natürlich viel mehr Zeit investieren. Das hängt natürlich davon ab, ob du dir das auch zeitlich leisten kannst und auch leisten möchtest. Dann der Anleger muss natürlich nicht so viel Wissen haben, während der Investor extrem viel Wissen haben muss, Erfahrung haben muss und auch immer up to date bleiben muss. So und hier mache ich euch mal ein Beispiel aus der Trading-Welt. Wenn sich jetzt also ein neuer Anleger sich als Investor ausgibt und zum Beispiel aktiven Aktien- oder Börsenhandel in Echtzeit machen will. Ich habe ein paar Freunde, die arbeiten an der Börse und auch als Börsenhändler und viele Brokerhäuser machen dann folgendermaßen. Die erkennen einfach, guck mal, der Typ hat überhaupt keine Ahnung, hat überhaupt nicht das Wissen. Die Orders, die der ausführt und jetzt hört mir genau zu, also die Orders, die der ausführt. Er sagt zum Beispiel, kaufe 500 Apple-Aktien short, also sprich so auffallen. Diese Order führt das Brokerhaus gar nicht aus, sondern nimmt es aufs eigene Buch. Das heißt, sie platzieren diese Order gar nicht an der Börse, sondern sie übernehmen selber das Risiko, sollte der Anleger einen Gewinn machen, ihm den Gewinn auszuzahlen, beziehungsweise sollte er einen Verlust machen, den Verlust eben anstatt dessen einzustecken. Bedeutet also übersetzt, weil diese Brokerhäuser wissen, 90% der Pseudo-Investoren verlieren sowieso nur Geld, weil sie nicht das Wissen haben, führen sie deren Aufträge teilweise gar nicht aus, nehmen das aufs eigene Buch, weil die wissen, mit 90%iger Sicherheit verliert der sein Geld und das stecken wir uns ein. Und warum machen sie das? Ganz einfach, weil die statistische Zahl sagt, dass gewisse Anfänger einfach eine 90% Chance gegen sich haben. Und wenn also diese Anleger ein Anfängermuster zeigen, dann sagt das Brokerhaus, wir führen das gar nicht aus, sondern nehmen das aufs eigene Buch, weil wir wissen, 90% seines Geldes würde er jetzt in den nächsten drei Monaten an der Börse verspielen und bevor er das tut, kassieren es lieber wir. Das nur als kleine Anekdote zum Thema Wissen. So, dann nehmen wir mal das Thema Anleger wieder. Die Anleger brauchen einen gewissen Service, Mietverwaltung, Handwerker-Service, Hausmeister-Service etc., während der Investor das selber in die Hand nimmt und aktiv sich als Asset-Manager aufführt. Das heißt, er geht aktiv in die Wertschöpfung rein, überlegt sich aktiv, was er machen kann und weil er auch größer investiert, kann er auch alleine Entscheidungen treffen. Aber wenn er natürlich diesen Job ausführt, dadurch spart er sich natürlich die Kosten für Verwaltung oder für den Service, aber andererseits muss er natürlich auch seine Zeit entsprechend einsetzen. Wenn man das den ganzen Tag macht und sich auskennt, ist das sehr lohnend. Wenn man das so hobbymäßig nebenbei macht, wird es einem so ähnlich gehen wie den Hobbybrokern an der Börse. Tut mir leid, dass ich das so deutlich sage, aber so ist es leider. Und deswegen muss der Anleger im Gegensatz zum Investor sich auch teilweise Profis suchen bzw. ein Netzwerk oder ein Service-Netzwerk haben, sodass das Ganze für ihn gehandelt wird, weil er gar nicht die Zeit oder das Know-how dafür hat. Somit ist also ein Anleger in gewisser Weise auf das Netzwerk anderer angewiesen, während ein Investor komplett sein eigenes Netzwerk aufbaut, was sich natürlich lohnt, wenn man das die ganze Zeit macht. Und das Lustige ist, es wird nach außen oft ja auch so dargestellt, Anleger sein ist ganz schrecklich, da bist man nur doof, während die Kohlen die Investoren sind. Ja, das mag stimmen, aber das hängt natürlich auch hier wieder von den Opportunitätskosten ab. Sprich, in welchem Job bist du und wie viel Geld kostet es dich, wenn du diesen Job, in dem du wirklich Profi bist, nicht machst, um etwas anzufangen, wo du praktisch bei Null anfängst. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Freund von mir ist ein sehr erfolgreicher Internet-Marketer, ist damit sehr erfolgreich, verdient damit wirklich Millionen und kam dann zu mir und sagt, Mensch Alex, Immobilien finde ich toll, was müsste ich denn jetzt machen, um irgendwie auf das Level zu kommen wie du? Dann habe ich ihm gesagt, ganz einfach, 20 Jahre Erfahrung sammeln und 20 Jahre Prozesse einrichten, 20 Jahre Kontakte knüpfen und 20 Jahre Situationen auswerten und Regeln aufstellen, die funktionieren. Und an diesem Beispiel wäre es sogar sinnvoller, jetzt an seinem Beispiel lieber Anleger zu werden, als selber Investor, weil ihn das unterm Strich Geld kosten würde, weil er ein funktionierendes, gut laufendes Business hat. Die Idealform für ihn wäre natürlich, mit einem Profi gemeinsam Projekte zu machen. Das heißt also, er klemmt sich praktisch an einen Profi dran, kann ich euch auch empfehlen. Als Lösungsmöglichkeit sucht euch einen vertrauenswürdigen Profi und macht Gemeinschaftsinvestments mit ihm. Ihr gebt meinetwegen Geld oder auch die Finanzierung und er macht das Management. Stellt aber sicher, dass er wirklich ein Profi ist. Oder ein weiteres Beispiel wäre, du bist beispielsweise plastischer Chirurg. Plastische Chirurgen haben das Problem, dass sie eine ganze Mannschaft beschäftigen und sie praktisch der Engpass sind, weil sie ja die einzigen sind, die operieren können. Wir haben da einige Kunden von. Und sein Kundentyp hat natürlich nicht die Zeit, sich aktiv auf die Suche von Immobilien zu konzentrieren, sondern der braucht in diesen Fällen natürlich Unterstützung. Ich werde das sehr oft gefragt, was tut man in so einem Fall, wenn man nicht aktiver Investor sein kann? Mein Tipp, sei einfach wissender Anleger. Hör diesen Podcast, informier dich und sei dir aber bewusst, wenn du nicht alles selber machst und wenn du nicht wirklich Zeit investierst in die Schnäppchenjagd, dass du einfach ein paar Abstriche machen musst. Trotzdem rechnet sich die Immobilie immer noch zehnmal besser als andere Anlageformen. Hierzu habe ich übrigens ein Video auf meiner Webseite, wo ich wirklich vergleichsrechne eine Rentenversicherung und zwar die beste Rentenversicherung Deutschlands gemäß Finanztest gegen die Anlageimmobilie. Und wenn du dir das anschaust, wirst du sehen, was ich meine. Und hier kommen wir dann wieder zu den Immobilien Zielsetzungen. Wenn deine Zielsetzung ist, deine Rentenlücke zu schließen, ist es durchaus machbar. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass du vor allem die Hauptschlüsselperson, also den Mietverwalter, der stellt sicher, dass du zukünftig keinen Stress hast, ordentlich aussuchst. Dann den Finanzierungsvermittler, der sorgt dafür, dass du die gute Finanzierung ohne Stress kriegst und als nächstes die Person oder der Berater, der dir dabei hilft, die richtige Immobilie zu finden, die zu dir passt. Und hier würde ich eben ausschließlich auf Empfehlung arbeiten. Gerade bei den Beratern, die dir dabei helfen, die richtige Immobilie zu finden, ist es sehr, sehr wichtig, dass der dich am Anfang sehr viel fragt. Also was für eine Zielsetzung hast du? Welches Problem möchtest du lösen? Wovor hast du Angst? Etc. Außerdem muss dieser Berater auch sehr genau deine finanzielle Situation kennen, muss sich also damit auseinandersetzen, wo eventuelle Schwierigkeiten auftreten können, wie sieht die Liquiditätssituation aus? Etc. Etc. Wenn der das nicht macht, sondern das sehr quickie macht und einfach gleich mit seinem Angebot daherkommt, dann weißt du schon mal, hier stimmt was nicht. Genau und gerade speziell für Ärzte haben wir da eine spezielle Firma, die sich speziell auf die Bedürfnisse der Ärzte spezialisiert hat und eben sicherstellt, dass sowohl das Investment als auch der Arztberuf, dass das alles zusammenpasst. Unten in den Shownotes habe ich die URL, also sprich den Link, sodass du damit Kontakt aufnehmen kannst, wenn du möchtest. Und zur Info, wie ich vorher schon gesagt habe, ich selber bin an dieser Firma beteiligt. Also Resümee, bevor du gar nicht investierst, weil du nicht die Zeit hast, werde lieber wissender Anleger. Sei gut informiert und such dir ordentliche Berater und sei so gut informiert, dass du erkennen kannst, ob die Berater ordentlich sind oder nicht. Wenn du hingegen immer mehr und auch intensiver investieren möchtest, dann sei dir bitte bewusst, dass das zeitaufwendig ist. Wenn du die Zeit hast, wunderbar, dann gebe ich dir ein paar Tipps, wie du auch hier an ein gutes Netzwerk kommst. Doch kommen wir zuerst mal zu den Kontakten, die du brauchst, wenn du wirklich professionell investieren möchtest. Als erstes brauchst du Kontakte zu Maklern, die dich entsprechend mit Objekten versorgen. Hier der Tipp, wenn du in den heutigen schwierigen Zeiten, wo sehr viele Leute Immobilien kaufen wollen, noch gute Einkäufe machen willst, dann stürze dich nicht auf die großen bekannten Makler, sondern kontaktiere möglichst viele kleine Makler, die sich vielleicht gar nicht mit dem Verkauf von Wohnungen, sondern primär mit Vermietung etc. beschäftigen. Denn die Großen haben die ganzen Kontakte und wissen sofort, wer die Immobilie kauft. Die Kleinen dagegen, die sich mit Vermietungen oder kleineren Vermittlungen beschäftigen, die haben diese ganzen großen Kontakte gar nicht und die sind teilweise überfordert, wenn sie eine Immobilie angeboten kriegen. Und die kriegen die dann zum Beispiel von dem Vermieter, der in die Jahre gekommen ist, angeboten. Deswegen für den Ankauf. Ein Maklernetzwerk von Kleinmaklern für den Verkauf, ein Netzwerk von richtigen Profimaklern, die sich mit diesem Segment beschäftigen und die dort die bekannten Namen am Markt sind. Dann, wie schon erwähnt, Finanzierungsvermittler oder auch gleich direkt zu Bankern. Dann zu Hausverwaltern, in dem Fall natürlich Miethausverwaltern. Außerdem brauchst du einen ordentlichen Steuerberater bzw. eine Buchhaltung, je nachdem, wie groß dein Immobilienbestand ist oder werden soll. Dann wäre es schlau, wenn du Mitglied im Haus- und Grundbesitzerverein bist bzw. parallel auch einen auf Mietrecht spezialisierten Rechtsanwalt hast. Die Mitgliedschaft im Haus- und Grundbesitzerverein hat den Vorteil, dass du dort dich kostenlos beraten lassen kannst bezüglich rechtlichen Sachen. Allerdings führen die auch keine Rechtsprozesse für dich. Und die Mitgliedschaft ist relativ günstig, also die bewegt sich zwischen 30 und 60 Euro im Jahr. Dann brauchst du einen Bausachverständigen, der dir dabei hilft, die richtige Immobilie auszusuchen und sicherzustellen, dass dort keine versteckten Mängel drin sind. Und als nächstes brauchst du noch einen Allrounder, der ist eigentlich das Allerwichtigste, weil sonst hast du gar keinen Spaß. Das ist ein Handwerker, der praktisch alles erledigen kann. Und da brauchst du einen eigenen dafür oder du brauchst zumindest einen speziellen dafür. Und idealerweise kann der alles, also von Fliesen kleben bis Heizung reparieren, entlüften, Elektrik leichte Sachen machen etc. etc. Du brauchst also so einen Allrounder. Hast du diese ganzen Teamleute, die ich dir ja gerade beschrieben habe, nicht? Dann wird dein Investorenleben ziemlich stressig. Außerdem möchte ich dir empfehlen, solltest du professionell investieren wollen, werde Teil einer Community. Hierfür habe ich eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die lautet Alex Fischer Immobilienclub. Zweck dieser Gruppe ist es, dass Leute, die wirklich aktiv Interesse am Investieren haben, dass die sich dort zusammenfinden und sich gegenseitig Tipps geben können, Empfehlungen aussprechen etc. Die Gruppe ist geschlossen. Das heißt, das kann nicht jeder rein, sodass ich oder mein Team jeweils die einzelnen Mitglieder freigeben müssen. Wir stellen dann auch sicher, dass da kein komischer Quatsch reingespammt wird. Außerdem solltest du meine Fanpage noch nicht geliked haben bei Facebook, dann würde ich dir das empfehlen, weil auch hier veröffentliche ich immer wieder Tipps, Neuigkeiten bzw. auch neueste Video-Vlogs, weil ich mache jetzt immer Video-Vlogs zum Beispiel von Baustellen, wo ich dann gleich Tipps gebe, wie was gemacht wird, was schlau zu tun ist, was nicht. Und dort veröffentliche ich auch immer wieder neue Videos, wenn ich zum Beispiel Objekte besichtige vor Ankauf, gebe dazu Tipps etc. Also like meine Fanpage. Aber womit ihr mir einen Riesengefallen tun könnt, schreibt mir bitte eine gute Rezension, wenn es euch gefallen hat und helft mir dabei wirklich, weil die Rezensionen bestimmen das Ranking und das erhöht auch meine Lust, wirklich mehr in diesen Podcast zu investieren. Wenn du nicht genau weißt, wie man das macht, dann geh einfach auf meine Webseite alex-fischer-duesseldorf.de slash podcast bewerten und da beschreibe ich dir ganz genau, wie man den Podcast bewerten kann. Also wenn du eine Frage hast, die du speziell beantwortet haben möchtest, dann schreib mir eine Rezension und schreib darunter die Frage, die dich interessiert. Dann werde ich das hier in diesem Podcast aufgreifen. So, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Bis demnächst. Dein Alex Fischer. Hey, lieber Hörer. Ich hoffe, es hat dir heute Spaß gemacht und es war etwas Interessantes für dich dabei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast positiv. Denn je mehr gute Bewertungen wir hier bekommen, desto mehr Hörer bekommen wir und desto mehr Immobilienprofis kann ich für uns gewinnen. Unter www.alex-fischer-duesseldorf.de bekommst du in den Shownotes die angesprochenen Dokumente oder Links. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und bis bald.